Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsadaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 14. Juni. Gut, wir beginnen heute wieder mit dem Monatschart. Wir sind hier im Monatschart nun direkt am 50er EMA angekommen, der bei 13.403 Punkten genauer notiert. Und wir lagen im Tagestief am Vortag im Bereich von 13.380 Punkten, konnten uns danach wieder erholen und letztendlich dann bei 13.427 Punkten aus dem Handel gehen. Am frühen Dienstagmorgen notieren wir außerwürflich im Bereich von 13.600 Punkten. Insofern dürften wir heute mit einem Gap-Up eröffnen und hier am 50er EMA bereits wieder nach oben abprallen, genauso wie im Vormonat Mai. Und dann werden wir sehen, wie lange dann diese Erholung läuft und ob wir dann im weiteren Monatsverlauf dann nachhaltig hier am 50er EMA nach oben abprallen können oder dann doch nach unten durchbrechen und dann zunächst weiter Kurs nehmen auf den Bereich hier der runden Marke von 13.000 Punkten. Gut, wir kommen dann zum Wochenschart, wo wir unter den 200er EMA bei 13.569 Punkte gefallen sind. Wir haben dann das Verlaufstief hier im Bereich von 13.380 Punkten leicht unterschritten. Das Tagestief lag, wie gesagt, bei 13.379,87. Insofern haben wir hier diese Unterstützung wieder erreicht und sind hier zunächst einmal wieder nach oben abgeprallt. Wie gesagt, vorwürstlich notieren wir im Bereich von 13.600 Punkten wieder deutlich höher und damit etwas über dem 200er EMA. Die nächste Anlaufmarke könnte also nun hier das noch offene Gap sein, das Eröffnungsgap vom Montag. Dieses Gap könnte im weiteren Verlauf wieder geschlossen werden und sollte nun die erste Anlaufmarke auf der Oberseite sein, solange sich die Aufwärtsdynamik, die wir vorwürstlich haben, weiter fortsetzen kann. Gut und abschließend kommen wir dann zum S&P 500 im Wochenschart. Da sind wir nun hier aus dem fallenden Trendkanal nach unten ausgebrochen. Wir lagen im Tagestief bei 3.734 Punkten, könnten nun weiterhin Kurs nehmen hier auf diese untere Trendkanalbegrenzung des langfristig steigenden Trendkanals zum Wochenschart, beziehungsweise dann knapp darunter auf den 200er EMA, die rote Linie, die sich bei 3.640 Punkten ungefähr befindet. Können wir hingegen diesen fallenden Trendkanal verteidigen, weitgehend verteidigen und wieder hier zurückkehren, dann wäre zunächst mit einem weiteren Hochlauf zu rechnen zum Eröffnungsgap vom Vortag bei 3.900 Punkten. Gut und damit wären wir dann mit dem I&G Markets Morning Call für den heutigen Dienstag schon wieder durch. Ich melde mich dann wieder am morgigen Mittwoch mit dem I&G Markets Morning Call und wünsche Ihnen noch viel Erfolg im Training. und wünsche Ihnen noch viel Erfolg im Training.